Aufnahme live! Warte, 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 warte. Was ist das? Ich muss die Musik noch ausstellen. Jamie, was machst du da? Wie noch denn? Äh... Ey, schon besser! Schon besser. Ey! Ich bin auch noch da, schau! Hallo, hallo! Sind wir nicht ein Stream-Team? Schau uns an! Ey, ich würde sagen, nicht. Ey, wir gehen am 24. dann schön allen kindlichen Geld geben. Hey, das machen wir. Wir geben ihnen Geld, Geld, Geld. Und damit, guten Morgen für den Mittagern oben. Wir sind jetzt wieder bei einer schönen Gitarraufnahme vom Drug Wars DLC. Unter der letzten Folge, die natürlich sehr abgegangen ist, vielen Dank nochmal für diesen Support. Dankeschön. An alle, die das Video angeschaut haben, an die 8 Likes euch. Es ist noch nie so ein Video von uns abgegangen. Also, Jamie, komm, wir steigen in unsere Weihnachtsmann-Mobile. Ja. Ich komme rein und fahre schön auf die gelbe Platte dort vorne. Und dann geht es schon los. Oh mein Gott, es hat sich jetzt gelohnt, die Strecke, Alter. Boah! So, meine Damen und Herren. Es hat schon ein paar Minuten gedauert, bis wir hier reinkommen sind. Ich würde sagen, jetzt legen wir einfach mal los. Wie man gesehen ist, der Jamie ist Level 226. Wie hast du das hergebracht? Ich weiss. Ein Skill. 100% Skill. Ja, ja. Ja, tatsächlich schon. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ihr kennt doch auch die Cheat-Menü, wo du dein Level hochhauen kannst. Ja, ich weiss, ich habe zwar eins. Aber ich kann das Level nicht mehr unterschreiben. Du hättest eins? Nein. Ja, welches ist dein Auto? Welches ist dein Auto? Einfach nein, wir nicht. Ja, eins wird schon richtig sein. Also, letztes Mal. Was haben wir letzte Vision gemacht? Ich weiss es im Fall nicht mehr. Wir sind dort in die Bude reingegangen. Und bevor wir dir jetzt sagen, was wir dort alles gemacht haben. Könntest du das Video lieber selber anschauen. Oben rechts verlinkt. Bye-bye. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Es ist der... Es ist der... Es ist der... Es ist der heute ganz wichtigste. Heute? Also Gratulation. Okay. Ja, ein schöner Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt schöne Festtage. Schöne Geschenkchen, alles. Hoffentlich euch. Hoffentlich euch. Und übrigens, wenn... Das nächste Video... Kommt ja an... Neue Jahr, oder? Wenn ich mich nicht... Kommt ja erst das nächste Jahr. Ey, man sieht sich das nächste Jahr wieder. Was suchen wir? Ich habe mir nicht zu groß. Ich habe nicht. Du... Da ist bei dir markiert. Jo. Oh, Gottes Willen. Jetzt kommen die Euro Truck Simulator 2... Ah, jetzt müssen wir mir den Anhänger holen. Wo ist der? Ah, den müssen wir jetzt suchen. Ah nein. Oh, auch da. Ohee. Ein paar Gasflaschen, ein paar dies, ein paar das. Zurück zum... Ducks und was. Ja. Ne, Freak Shop. Auf dem Freak Shop. Jetzt gehen wir zu den Freaks. Ey, by the way auch. Wenn ihr das Video seht, dann ist der Cedric mal wieder im Schnitt. Schreibt in den Kommentar, grüß an Cedric. Er hat das Video wunderbar geschnitten. Ja, das würde mich extrem freuen. Mich? Ich. Auch. Und wenn es nicht geschnitten ist, dann schreibt ihr auf gar nichts in den Kommentaren. Ja. Das ist cool. Machen die ja sonst auch. Oh, wir verlieren irgendwelche Gasflaschen. Ah, wir brennen, Alter. Äh, äh. 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 Entschrei mich! Mach doch was! Ja, was? Lass die Party vorräten zurück! Ja, wie? H! D drückt, H! 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 Ich dachte mir, Cedric, soll ich auch nicht so kurz sein. Das kann ja schon zu gehen. Also würde ja nur ein zweiminütiges Video werden. Wenn ich das nicht. Ah, ja, ja. Da sind wir wieder auf Sedimetern-Standard, wo er noch nie existiert hat. Was müssen wir jetzt da? Ah, hat den Beikel geklappt? Nein. Freak schon. Clubhouse. Nein, wir wissen jetzt nicht. MC Clubhouse. Oh, ja. Ah, komm. Tschüss. Ah! Hallo! Ey, ey! Ah! Ah! Hallo! Junge! Alles gut mit dir! Ich fahre jetzt damit. Aua! 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 Doch nichts! Doch nichts! Dabei! Bro, wir haben ein Teamleben, Jamie! Ja... Ich... Ah! Weisst du, manchmal ist... Seit... In acht hast du gar kein Teamleben. Jetzt weinen hier unten. So, Jamie. Nehmen wir einen gröberen Schiss. So, jetzt wird da alles... Es macht halt schon Spass. Mit diesem Teil dürfen wir mal gut verräumen. Ist schon so. So, schnell die Tür. Ja. Oh, da brennt ein Auto. Jetzt müssen wir hier einnehmen. Oder wie sieht es aus? Ja. Äh... Hast du hier eine Markierung? Ah, ja. So, was müssen wir hier rein machen? Nach ihren Plänen. Du hast Geld? Weiss Geld? Hallo? Ah, das ist kurz. Oh, du krass. Ich weiss nicht mehr. Ich fotografiere die Plänen. Oh, ein Foto von den Plänen. Einfach ein Foto von den Plänen. Ja. Was müssen wir jetzt hier? Finde eine Tasche. Im Haus noch? Ja. Jetzt bin ich schon rausgegangen. Hei hei. Es hat noch mehr Taschen. Wo hat's neu? Da ist noch eine. Ja, wunderbar. Und da hat's noch... Waffen. Shotgun. Was ist hier drin? Plündern. Ah. WCs. Ah, du kannst Plündern, Jamie. Ah, du kannst doch Plündern. Ich habe gedacht, da ist ein Gras rumgelegen. Irgend so. Ah, ich mache einfach unsere kleine eigene Heisse, Alter. Ja. Anstatt Gold wird einfach Gras genommen. Wir werden Ritsch. So, ich glaube, wir haben das ganze Gräs gesammelt. Ja, verlassen. So. Weihnachtsmänner sind wieder in Ordnung. Moin. Ah, wir kommen hier oben. So weisst du. Ja, das habe ich echt. So. Let's go. Also, Rezda. Komm. Ehh. Der Schnee ist ganz geil, Alter. Ehh. Richtig fahren wäre dann noch. Bescheid hoch. Nein. Nein. Wiii. 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 Oi. Scheisse. Schau mal, wie schön, Alter. Ja. Ganz. Wunderbar. Jetzt fahren wir sogar rückwärts nach oben. Es ist extra geplant gewesen. Eijau, das ist doch geplant. So. Der Freak Shop. Der Freak Shop. Der Freak Shop. So. Let's go. Wir müssen beim Plan bleiben. Hallo. Die letzten Meter fahre ich noch. Hey. Wunderbar. Sind wir jetzt fertig? Hey. 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 Kleider... Etwas, was er noch weniger nützt als Kleider. Du willst ja wie nach Traum. Oh, ja, ich liebe das Spieler. Ey, liebe es doch einfach. Weiter zum wie nach Smilingame. Also, liebe Leute, nach dem wunderbaren RP-Gewinnen von Jamie, habe ich gedacht, dass wir jetzt noch etwas Spassiges machen mit unserem wunderschönen Mobil, das wir haben. Eine wunderschöne. Nämlich gefahren wir jetzt schnell auf den Mount Chiliart hoch. Jamie, kannst kurz schnipsen. Also, liebe Leute, es hat uns gefreut, dass ihr uns da zugeschaut habt. Wir sind natürlich nicht mit dem Hubschrauber, äh, nicht mit dem Helikopter, der im Hintergrund gekommen ist. Wir sind natürlich selber hochgefahren. Niemals, wir sind hier hochgefahren. Fünf Stunden lang, ja. Ja, genau. Ähm... Das ist eine andere Sache, also... Also, lasst ein Like hier, lasst ein Abo hier. Und für alle, die auf dem Kanal jetzt neu sind und kein Schweizerdeutsch können, für die sagen wir es noch auf Hochdeutsch. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Wenn ihr dies macht, dann würden wir auch mal ein Video auf Hochdeutsch machen, oder? Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnacht und einen neuen Jahr. Und damit würde ich sagen, das nächste Video kommt am 01.01. Das ist natürlich dann noch das andere Ding. Ja, das letzte Video von dem 01.01. Genau. Und wir wünschen euch allen einen guten Rutsch. Gute Weihnachten. Und ja, dann sieht man sich im nächsten Video. Jamie, noch das letzte Wort. Ich wünsche euch allen morgen jetzt. Wir freuen uns Hari. Hallo, Freunde. W-W-W. W-W-W-W. W-W. W-W-W. 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 W-W. W-W.